Zu Zeiten von Corona haben suchterkrankte Menschen eine Mehrtagesdosis medizinisches Heroin beziehen können. Regina Rust von der Stiftung für Suchthilfe St. Gallen hat gute Erfahrungen gemacht mit diesem Modell. Die Klienten waren sehr zufrieden. Ihr Alltag wurde sehr viel leichter, sowohl diejenigen, die berufstätig sind, als auch die zu Hause geblieben sind, um sich zu schützen. Grosse Schwierigkeiten hatten sie bei der Umsetzung der Verordnung nicht. Schwieriger hingegen war die Frage, wem sie das Substitut mitgeben. Nicht alle Surchterkrankten konnten damit umgehen. Grundsätzlich ist es wichtig, dass auch weiterhin durch die Abgabestellen eine enge Begleitung stattfindet, dass die Menschen immer im Austausch sind und im Kontakt mit Medizinern und Sozialarbeitern, um auch weiter Missbrauch zu verhindern und zu gewährleisten, dass sie gut betreut sind, wenn es vielleicht mal schwierig werden sollte. Bei der medizinisch-sozialen Hilfsstelle 1 findet die Abgabe statt. Die ganzen Abläufe werden streng überwacht. Für die Regina Rust ist völlig klar, dass sie das Angebot, wenn möglich, weiter anbieten wollen. Wir hoffen das sehr, weil es ist eine grosse Erleichterung und auch eine grosse Entstigmatisierung. Grundsätzlich wird bei anderen Medikamenten, die zur Substitutionsbehandlung eingesetzt werden, auch so verfahren. Und da gibt es aus unserer Sicht keinen Grund, warum es bei dem medizinischen Heroin anders sein sollte. Der Bundesrat prüft eine Betäubungsmittel-Suchtverordnungsüberarbeitung. Das wird für die Suchterkrankten mehr Freiheit bedeuten. Freiheit, die mehr Lebensqualität bedeutet. �ültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültültült